Heute nur schnell spielen. Ich bin gerade mal was am überlegen. Ich war am überlegen, mir den hier mal zu bauen, wegen dem Base Speed. Aber mal gucken. Vielleicht mal in der Zukunft. Egal. Wir versuchen jetzt erstmal das mit dem, was wir haben, also was ich habe, schnell zu spielen. Außer meine Speed Leads werden weggepickt und das ist in der Regel Nur More. Nur More ist eigentlich so der einzige Speed Lead, den ich gerade groß spielen kann. Meta-lastig. Psama schwierig, wegen Olivers. Wenn kein Oliver da ist, okay. Aber wenn Oliver dabei ist oder Chongpong oder so, schwierig. Ist jetzt natürlich auch nicht groß abgetunt, ne? Aber naja, wir schauen einfach mal. Ich habe nicht vor, Chongpong oder so zu spielen. Also in der Regel nicht. Der würde auch, glaube ich, gar nicht nachziehen. Außer ich würde mit Werte spielen vielleicht. Und More picken. So, wie viel ACC hat er eigentlich? Okay, nicht viel. Okay, sehr passiv. Ah, da passt das jetzt gar nicht rein, muss ich sagen. Aber wir probieren es trotzdem so. Es kann sein, dass jetzt sowas wie Douglas kommt. Oder irgendwas so in die Richtung. Banne den HP Lead. Gut, der Lead, ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht gut, ne? Da fehlt mir jetzt ein bisschen der Schaden. Denke ich. Na, denke schon, dass der Schaden problematisch wird. Ähm, wir resetten sie. Gut, dann machen wir es so. Dann kriegst du die Bombe nicht. Da, der hat... Das wird auf 100 Res gebaut, ne? Aber sie hat Wille. Das sieht so strange aus. Ja, die wird 100 Res gebaut, okay. Ja, ähm, das sieht so strange aus. Das ist dann auf sie, okay. Death Break auf Nana, okay. Das ist dann. Schade. Oh. Ja, ein Glancing. Und sie müsste noch resettet sein. Gehen wir erst mal kurz auf sie. Oh, sie... Okay. Trotz Glancing. Okay. Ja. Gehen wir dich mal da. Nice. Okay, cool. Ciao, kommt man dran. Na, auf sie. Ja, okay. Ist dann, ja, okay. Interstanden. Oh, das war gut. Ähm. Damit kein Death Break durchkommt. Ja, hier können wir... Zumindest für den Push besser da drauf, als auf... Wasser zu gehen. Und Death Break oder so mal auf die alte da. Glancing. Ja, gut, komm. Kill die. Okay. Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf... Erstmal auf Ciao gehen. Der ist auch sehr Squish, okay. Ja, okay. Versuch trotzdem. Ah, doppel Glanz. Pushback oder so. Stun. Okay. Ja, sie brauchen noch eine Runde. Ich gehe für einen Cycle hier drauf. Stun. Stun. Ähm. Gehen wir mal dein Schild da. Der hat gerade den zweiten gemacht. Okay, let's go. Nee. Der braucht noch eine Runde. Gehen wir noch mal dein Schild? Ich glaube, der weiß nicht, wie weit der ready ist. Ah. Machen wir hier. Okay. Für den Stinks halt, ne? Ja. Ah, nix getroffen. Okay. Jetzt muss ich hier mal drauf, sonst killt. Ich glaube, der killt jetzt sowieso. Ja. Ja, gut. Die. Die Luis. Äh, nicht Luis. Die da werde ich nicht mehr kriegen. Ja. Keine Chance. Oder vielleicht mit dem Schaden und so. Irgendwann. Komme ich vielleicht durchs Schild. Aber sehr unwahrscheinlich. Tschüss. 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 Ah, ich muss Strippenstern. Gar nichts mehr. Meine Chance ist vorbei. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Naja, ein Versuch, was wir. Hat einfach 10 Minuten gedauert, der Kampf. Perfekt. Keine Ahnung, ist Kacki. Ist halt Kacke, wenn man nicht die richtigen Monster hat. Wenn man Oliver hat oder so, okay. Ja, oder irgendwas, was in die Richtung halt brauchbar ist. Ja, aber ich kann more Chongpong spielen. Ich hab kein Poseidon, nichts, was in der Richtung interessant ist. Ich könnte Ren, glaube ich, als Austausch nehmen. Das geht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hab. Ganz ehrlich, ich hab mich jetzt mit diesem Anpassen, so ein bisschen Meta-Zeug spielen und so. Da hab ich mich gut abgefreundet, muss ich sagen. Naja, da hab ich mich eigentlich gut mit... Bin gut klargekommen. Komme ich damit jetzt? Ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich pick mal Gianna. Ich weiß, ich hab sie gerade sehr hart gedinkst. Aber es ist einer meiner besten Stripper, sag ich mal. Aber ich bin mir überlegen, noch Isshir zu nehmen. Ah, ich bräuchte ein Death Break. Praha? Was auch geht, wenn jetzt nix krass kommt, Leica Bun, Chongpong. Ja. Machen wir so. Oh. Hab ich auch einen Strip. Hab drei Strip, ey. Mal Bun Gianna, okay. Nimm den HP-Lied, nicht den Tempo-Lied. Wüsste nicht, warum. Ich will nicht mal unbedingt schneller sein. Ah, Rest-Lied. ACC-Lied hatte ich nicht. Nee, nee. Ah, ich bräuchte mich. Ah. Okay. Ist mein Moor schneller als Chongpong? Ja. Immerhin. Okay. Oh, gut. Wille weggemacht, sag ich mal. Oh, der riskiert's. Okay. Ja, das machen wir. Ja, das ist fein. Das ist auch fein. Ich weiß nicht, wer der schneller ist, ehrlich gesagt. Aber ich mach das trotzdem. Vielleicht Strip ja nicht. Keine Ahnung. Oh, sie ist Strip echt nicht. Okay. Dann wird er auch nicht Rack lassen, oder? Aber Full Sleep. Gross. Naja, geht auf More. Okay. Was dann? Nö. Chizuka Proc, please. Nee, Chizuka Proc. Chizuka, please. Auch okay. It's done. Wollen wir noch mal einen Proc hier? Schade. Nee, Heal hat sie. Gehealed hat sie, ja. Gehealed hat sie. Das ist okay. Okay. Ist er bereit? Nee. Nee. Okay, das ist fein. Kriegen den weg. Das ist fein. Pushback. 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 Okay, nice. Let's go. Praha wurde gestunt. Gut. Ja, Wusa ist mir jetzt gerade egal. Pushback. Schade. Ah. Oh. Ah. Wusste es. Stunt. Pushback. Okay. Ähm. Stunt. Molon. Okay, auch gut. Auch fein. Auch gut. Pushback. Hey. War noch nicht fertig. Ja, gut. Ich glaube, das waren jetzt nur Zweikämpfe, weil der eine Kampf so lange war. Aber okay. Ich bin euch für's Zuschauer, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Halt rein. Tschau.